Wie du siehst, heute sieht das Setting ein kleines bisschen anders aus und es wird gleich noch ein bisschen verrückter. Denn in dieser Woche habe ich kein ganz normales Video für dich, sondern ich habe dir einen Live-Mitschnitt mitgebracht vom Vortrag vom Expertenkongress in Dubai. Dort durfte ich über das Thema sprechen, drei Dinge, die Kinder von uns Erwachsenen brauchen. Und hier jetzt der Vortrag für dich. Wie viele von euch können, wenn sie an ihre eigene Schulzeit sich erinnern, an mindestens eine Situation sich erinnern, wo sie das Gefühl hatten, hier passe ich gerade nicht so richtig in das System Schule. Schau mal, du als Schulkind warst ein bisschen wie dieses Einhorn hier. Das Horn symbolisiert deine ganz individuellen Fähigkeiten. Leider passen wir damit oft nicht so gut in das System Schule. Vielmehr nimmt Schule den Kindern diese besonderen Fähigkeiten, damit sie besser in das System Schule passen. Ich möchte dir heute die Geschichte von Jacqueline erzählen, die sehr viele Fähigkeiten hatte, diese aber lange Zeit nicht entdeckte. Es war an einem Montagmorgen, mal wieder ein solcher Montag. Am Freitag wurde ein Diktat geschrieben und heute gab es das Ergebnis. Jacqueline saß in der vorletzten Reihe direkt an der Heizung. Diese half aber nicht dabei, dass es ihr eiskalt den Rücken runterlief. Die Lehrerin legte das Ergebnis auf den zerkratzten Tisch vor ihr ab. Sie nahm ihren Mut zusammen, schaute hinunter. Eine Fünf. Mal wieder. Schreiben? Das konnte sie einfach nicht. Aber ist das wirklich so? Hallo. Ich möchte heute mit dir drei Bausteine teilen, was Kinder von uns Erwachsenen brauchen und was auch Jacqueline brauchte. Das erste ist, jedes Kind braucht Zeit. Ja, sie war nun offiziell in der dritten Klasse, sollte nun eigentlich sämtliche Rechtschreibregeln beherrschen. Sie war aber immer noch der Meinung, dass Fuchs F-U-G-S geschrieben wird. Also total offensichtlich eigentlich. Besondere Sorge hatte sie davor, wie wohl ihre Eltern reagieren werden. Und genau das führt mich zum zweiten Punkt, was Kinder brauchen. Fehler werden zu oft als etwas Schlechtes gesehen. Dabei zeigen Fehler uns, was wir noch nicht können. Und daraus können wir lernen. Denn so sprach es auch ein Mann, der nach unzähligen Rückschlägen und Fehlversuchen sagte, Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie man keine Glühbirne macht. Und nur diesem unermüdlichen Lernen aus Fehlern ist es Edison zu verdanken, dass wir heute das Licht aus der Steckdose haben. Hätte er nach einmal Scheitern aufgegeben und sich eine Kerze angezündet, würden wir ganz woanders stehen. Doch in der Schule werden Fehler zu oft als etwas Schlechtes gesehen und rot angekreidet. Und dabei vergessen wir ein ganz wichtiges Lebenselixier des Kindes. Und genau das führt mich zum dritten Baustein, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Anerkennung. Oft ist es uns Erwachsenen gar nicht bewusst, was wir den Tag über verteilt zu den Kindern sagen. Musst du denn immer so viele Fehler machen? Ja, wenn du dich nicht besser anstrengst, dann kriegst du auch keinen richtigen Job. Das macht was mit Kindern. Sie entwickeln das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht an sich zu glauben. Ich als Lehrerin, ich setze mich jeden Tag dafür ein, dass ich nicht das Kind dem System anpassen muss, sondern dass sich Schule dem Kind anpasst. Denn als ich damals an der Heizung, am zerkratzten Tisch vor meiner Fünf gesessen habe, hätte ich mir genau das gewünscht. Damals hätte ich es nicht für möglich, dass ich heute hier vor euch stehen darf und inzwischen zweifache Buchautorin bin. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus